die sind am anfang nicht schwer jedenfalls nicht besonders definiere nicht schwer mein freund immerhin bist du groß die darfst du nicht reinlaufen okay die bewegen sich immer um die eisenkuchen ja das macht er mit absicht damit das ein bisschen spannender ist genau so war alles kennen und technik ach jetzt kann ich fliegen dass er noch nach oben drücken so genau dazwischen stopp genau warten bis wieder hoch geht und jetzt rüber nein das war jetzt fail du hast nur noch ein leben naja die bonuslevels kannst du auch noch mal machen so ist es ja nicht ich habe ja eigentlich erst 1 geschafft das ist schon hohes können egal ich brauche sowas nicht du hast einfach durch ja man merkt hier schon den professionellen mario spieler von 1986 das war genau meine zeit genau zu der zeit habe ich meine erste nintendo bekommen mit dem spiel ja diese ungeduld bis die mauer wieder hoch geht das zeigt schon aber kein problem so jetzt kommt schon der boss ach es das war so ein fragezeichen in einer kugel macht es jetzt die tür auf der karte oder wie genau so darf der folge aber nehmen wir jetzt mal an ich würde jetzt sterben ja müssen wir dann das level noch mal machen wir können jetzt einfach hier weiter laufen oder genau dadurch dass sich das schloss da geöffnet hat ja genau können wir da direkt zum level durch wie benutze ich jetzt das extra das wäre schon beispiel jetzt ganz praktisch auf y wenn du runter drückst kannst du rutschen das sage ich jetzt nicht wusste auch nicht das spricht das bricht ist das spiel raus jetzt einfach continue drücken müssen ich zeig dir jetzt wie es richtig geht zack zacküyor zack 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 oh na mein ja genau so geht dass ich bin weitergekommen als du ja aber jetzt bist du wieder dran sten zu müssen noch mal zum hauptmenü dann unterbrechen wir jetzt hier einmal ganz kurz und wir sehen uns gleich so wir sind wieder zurück ähm kommischerweise sind jetzt die bisherigen level gelöscht worden ist aber auch egal denn wir haben ja den gang vorher geöffnet und machen jetzt weiter. Genau, ich mach einfach mal weiter. Achso, ja genau. Hier waren wir stehen geblieben. Wo ich so wunderbar gefällt hab. Und zack. Ja, auch so eine Möglichkeit. So, hier spring ich einfach mal. Hier hättest du einfach auch wieder... Ja, genau. Hui! Na, diese Rutschdinger sind schon ganz praktisch. Aber ich war, glaub ich, der erste Mario-Spieler, der da gestorben ist bei den Dingern. Ja, ich glaub, du bist zwischendurch aus diesem Rutschmodus wieder rausgekommen. Und Stern. Wie schaffst du immer diesen Stern? Sag jetzt noch mal ganz kurz. Ich hatte vorher nicht so richtig gehört. Wie war das mit den anderen Extras? Was bringen die? Wenn du drei Blumen hast, bekommst du drei Leben. Wenn du zwei Pilze hast, kriegst du zwei Leben. Und wenn du unterschiedliche Symbole hast, bekommst du ein Leben. Oh Gott, was hab ich jetzt gemacht? Den musst du besiegen. Einfach du, genau. Ach nee. Oh, warte, bis er wieder hochgeht. Ja, ja. Und dann von unten gegenspringen. Genau, jetzt kriegt der extra. Oder du, besser gesagt. Einstellen. Musst du den noch aufheben? Nee, nee. Okay. Das ist die hohe Kunst. Sterne zu bekommen, wo keine sind. Dafür kannst du wieder das Level reinnehmen. Ich glaub, das wird mir ziemlich oft. Ja, nö, aber mich stört's nicht. Ach, mich jetzt auch noch nicht. Weil jetzt gehen die Levels noch. Ja. Gut. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh. Na, das war natürlich auch grad eben praktisch. Aber, ja. Oh. Oh, hier. Das ist auch ne hohe Kunst, den Stein so zu platzieren, dass das Leben... Pff, uah. Oh. Ja, jetzt bist du kurz rausgekommen, ne? Weil das grad so spannend war. Ja, genau. Das, ähm, war eben grad so spannend. Nee, also das war grad eben die hohe Kunst, das Leben, äh, die Box so zu lassen, dass das Leben eben genau zu ihm kommt. So, und du schaffst immer einen Stern. Langsam werde ich ein bisschen neidisch. Ja, das kenn ich halt noch so aus meinen, äh, Kindertagen. Wie man da rennen muss und wann man abspringen muss, damit man Sternen bekommt. Ja, ja. Das ist noch so ein bisschen bei mir drin. Okay, ich mach wieder das Bonus-Level, weil's... Ja, weil du halt es nötig hast. Genau. Ähm. Ich nehm einfach mal das. Oh, yeah. Das ist gut. Ja. Äh, hier gibt es auch echt coole Level, äh... Ach so, ich bin ja nochmal dran. Genau. Ach so, jetzt kann ich mal mir das Boss-Level antesten. Ach so. Ist gleich der Boss, ja? Ja. Oh, it's terrible. The King has been transformed. Please find the magic wand, so we can change him back. Äh, der König ist übrigens ne Schlange und der kommt bei... Ja? Als Gegner, ja. Ach so. Und ganz normal raufspringen, oder was? Hm, ne, jetzt einfach... Ach so. Ja, genau, beim Boss einfach raufspringen, genau. Aber jetzt kommt noch ein Level, oder kommt gleich der Boss? Ne, jetzt kommt noch ein Scrolling-Level. Ja, genau. Meine geliebten Scrolling-Levels. Ja. Oh, ich bin grad' wieder... Oh, Mann. Alter, ich hab' mehr Glück als verstanden, ey. Mein Mima-Kacko. Ja, das muss auch mal sein. Aber du hättest einfach sagen sollen, dass es, äh, Skill ist. Oh! Oh! Alles Skill, Leute, alles Skill. Ja, genau, das ist alles die hohe Kunst des Mario-Spielers. Oh, jetzt kommst du schon... Oh, zu früh gesprungen. Da beim Zaun hast du schon gesehen, du warst kurz vorm End-Boss. Ach, was jetzt passiert? Äh, jetzt ist das Schiff weitergeflogen. Und das Dumme ist jetzt... Wir müssen das Level noch mal neu machen. Weil wir sonst nicht, äh, zum Schloss kommen. Wie ist das? Egal. Oh. Ja, egal. Das Level war nicht ganz so schwierig. Übernimmst du ja gerne. Eben, dann hab' ich nämlich die Chance auch noch mal, äh, 5 Leben zu bekommen. Oh. Dafür muss ich allerdings erstmal hier raufkommen. Oh! Egal, dann kann ich hier mal schon den Secret zeigen. Ach. Ich muss mich kurz warten, bis die Blume weg ist. Ach so, ja, da reingehen. Genau. Du hättest ja auch noch mal einsammeln können. Ah ja. Nur ein paar Münzen. Mehr ist das nicht. Aber ich hab' den Leuten gezeigt, dass hier ein Secret ist. Ja. Die können das dann auch einlösen und sich... ...und sich ein Keks freuen. Oh nein! Oh! Na ja, da helfen auch die ganzen Münzen nicht. Der Luigi muss ran und... ...muss das alles jetzt alleine schaffen. Wollen wir nicht lieber eins machen? Ja, du kannst machen, was du willst. Ist das nicht leichter? Weiß nicht. Ja. So, dann zeig' uns mal, was du drauf hast. Ja. Ähm. 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 So, jetzt hier rüber. Oh. Oh. Oh Mann, ey. Ich kann auch echt jedes Level machen. Oh Mann. Es wird immer schwieriger. Ja. So. Ähm. Ich werd' jetzt auch einfach mal Level 1 machen. Ja, das hast du ja vorhin ziemlich gut geschafft. Ja. Vorhin war vorhin. Mal gucken, wie's jetzt klappt. Und ich werd' jetzt einfach mal... ...das Blättchen holen. Oh! 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 Das wär' natürlich knapp, sonst hättest du einfach rüberfliegen können, ne? Äh. Aber... Egal, ich werd' jetzt einfach ohne das Secret oben zu benutzen. Das haben wir ja einmal schon gezeigt. Hm, genau. Dann sehen die Leute auch mal den Rest des Levels. Eben. Aber geht ja auch. Und wieder 5 fliegen. Jetzt hast du den Stern.